Es geht um die folgende Aufgabe. Nutze logische Identitäten, um die folgende Aussagenlogische Formel, auf möglichst einfache Gestalt zu bringen. Zunächst einmal ist es für viele schwierig zu verstehen, dass ein A aus dieser Aufgabenstellung etwas völlig anderes ist als ein A, was hier drüben innerhalb der logischen Identitäten auftaucht. Dasselbe gilt für B und für C, die wir hier haben, auch wo hier ein B oder ein C auftaucht. Das ist völlig etwas anderes als das, was wir hier links in der Aufgabenstellung haben. Um das ein wenig genauer herauszustellen, machen wir mal eine kleine Äquivalenzumformung, dass wir einfach sagen, unser A in der Aufgabenstellung soll jetzt X heißen, unser B aus der Aufgabenstellung soll Y heißen und unser C aus der Aufgabenstellung soll Z heißen. Damit erhalten wir aus der ursprünglichen Aufgabe hier eine leicht veränderte Aufgabe, wo wir einfach nur die Variablen umbenannt haben. Auf der anderen Seite, hier bei den logischen Identitäten, bleibt alles so, wie es vorher war. Ein möglicher Lösungsweg für diese Aufgabe sieht nun so aus. Und was man bereits sieht, ist, dass diese doch etwas längere Aussagenlogische Formel am Ende zu einer sehr kurzen Aussagenlogischen Formel werden kann und man nur, in Anführungsstrichen, eine ganze Reihe von Umformungen machen muss. Und diese Umformungen im Detail, die wollen wir uns jetzt einmal angucken, um zu sehen, was letztendlich dahinter steckt. Beginnen wir also mit der ersten Zeile und es ist generell eine gute Idee, wenn man sich zuerst einmal um die Implikationen kümmert, nämlich, dass man die Implikationen los wird. Und wir sehen hier mehrere Implikationen. Da ist ein Implikationspfeil, da ist einer, da ist einer, da ist noch einer. Wir kümmern uns hier um den letzten Implikationspfeil und wir nutzen dazu eine logische Identität, nämlich diese hier. Und jetzt kommen wir auch schon genau dazu, dass die Bedeutung dieser logischen Identitäten angewendet werden muss auf diese Aufgabenstellung. Und jetzt sehen wir hier folgendes. Aus A folgt B steht hier und das ist logisch äquivalent zu nicht A oder B. Und wir sehen den Implikationspfeil hier und wir wollen uns ja hier oben um diesen Implikationspfeil kümmern. Und links davon, von dem Implikationspfeil, ist ein A. Und alles, was links jetzt hier vorne steht, das ist jetzt unser A. Und alles, was rechts vom Implikationspfeil steht, ist B. Das ist hier auch auf der rechten Seite zu sehen. Damit haben wir schon mal hier herausgestellt, dass wir hier das A haben. Da das B haben aus der logischen Identität. Und jetzt gucken wir uns an, was dabei herauskommt. Nicht A oder B. Das heißt, wir müssen den gesamten Teil hier vorne nehmen und setzen ein logisches Nicht davor. Die Negation. Und wir nehmen den gesamten rechten Teil. Und der rechte Teil bleibt unverändert. Das ist hier eben auch der Fall. Und wir müssen dann noch dafür sorgen, dass aus dem Implikationspfeil ein logisches Oder wird. Also aus dem Implikationspfeil wird ein logisches Oder. Und damit haben wir jetzt diese logische Identität hier angewendet auf die erste Zeile. Und herausgekommen ist die zweite Zeile. Mit der zweiten Zeile machen wir dann auch weiter. Und wir wollen uns jetzt um diese Implikation kümmern. Und wiederum kommt diese logische Identität dabei zum Tragen. Wir müssen wieder genau hinschauen. Das A und das B hier aus der logischen Identität. Das entspricht in diesem Fall hier aus X folgt Y. Das ist unser A. Und auf der anderen Seite haben wir hier Y daraus folgt Z. Das ist unser B aus der logischen Identität. Nun, da können wir auch schon sehen, alles was jetzt in der zweiten Zeile nicht unterstrichen ist, wird unverändert in die dritte Zeile übernommen. Das heißt also hier vorne nicht und die Klammer auf wird unverändert übernommen. Und hier hinten Klammer zu oder Z. Das sind die unveränderten Teile. Da ändert sich nichts beim Übergang von der zweiten zur dritten Zeile. Aber bei all dem, was dazwischen steht, hier Klammer auf X, daraus folgt Y, Klammer zu, daraus folgt Klammer auf Y, daraus folgt Z, Klammer zu. Genau dieser Teil, das ist jetzt der Teil, auf den hier diese logische Äquivalenz angewendet wird. Und man sieht jetzt wieder, aus unserem A wird nicht A. Also das hier entspricht dem A. Und da haben wir ein Nicht. Und dann alles, was oben auch schon stand, nicht A. Dann haben wir auf der anderen Seite, aus dem B, ja, da bleibt das B, da ändert sich nichts. Also hier aus dem Bereich für B. Das wird einfach so übernommen, ohne dass sich da irgendetwas ändert. Und dann haben wir noch den Implikationspfeil, aus dem wird das logische oder. Aus dem Implikationspfeil wird das oder. Ja, und damit haben wir dann auch beim Übergang von der zweiten zur dritten Zeile diese logische Äquivalenz erfolgreich angewendet. Das Spielchen geht jetzt noch zweimal so weiter. Das heißt, man kümmert sich noch um diesen Äquivalenzpfeil und dann im nächsten Schritt auch um diesen Äquivalenzpfeil. Und am Ende kommt dann diese Zeile heraus. Und da mit dieser Zeile passiert dann mal etwas anderes. Da wird nämlich dann das de Morgensche Gesetz angewendet. Die Anwendung des dem Morgenschen Gesetzes soll auf diesen Teil unserer Aussagenlogischen Formel erfolgen. Und das bedeutet im ersten Schritt natürlich sofort wieder, dass alles das, was jetzt nicht unterstrichen ist, in dieser Zeile unverändert in die nächste Zeile übernommen wird. Also hier nicht, Klammer auf, wird schon mal unverändert übernommen. Und alles hier beginnend ab dem logischen oder bis zum Ende. Das sind die Teile, die unverändert aus der Zeile vorher übernommen wurden. Und wir müssen uns jetzt einmal angucken, welches dem Morgensche Gesetz jetzt hier in Frage kommt. Zwei Stück gibt es ja dort. Und man sieht die Unterschiede hier an diesen Stellen. Dort sind Unterschiede. Ja, was ist jetzt hier? Wir haben hier eine Klammer, wo vor der Klammer die Negation steht. Und dann haben wir ein oder in der Klammer. Und das haben wir beim dem Morgenschen Gesetz hier, die Negation vor der Klammer, ein oder in der Klammer. Und damit ist auch schon klar, dass das A von hier dem Nicht-X entspricht und dem B von hier entspricht das Y. Jetzt machen wir damit weiter. Und wir sehen auch, was hier in der Folge passiert. Also die Klammer wird aufgelöst. Und dafür wandert einmal die Negation in die Klammer hinein. Und zwar vor beide Aussagen logischen Variablen. Und gleichzeitig ändert sich hier das oder in ein logisches und. Und das müssen wir jetzt auf der linken Seite auch so anwenden. Das heißt, diese Negation, die noch vor der Klammer steht, wandert jetzt in die Klammer, in die beiden oder vor die beiden Variablen. Das ist einmal hier und einmal hier der Fall. Die Variablen selbst bleiben unverändert. Das heißt hier, das Nicht-X taucht hier auch wieder auf als Nicht-X. Das Y taucht hier auch wieder auf als Y. Und somit haben wir jetzt genau das dem Morgensche Gesetz angewendet hier in diesem Bereich. Die nächste Zeile ist dann sehr einfach. Das Doppelnegationsgesetz soll angewendet werden. Und die Doppelnegation, die finden wir hier. Nicht-Nicht-X. Und da sehen wir hier, zweimal Nicht hebt sich gegenseitig auf. Das heißt, aus dem Nicht-Nicht-X bleibt dann nur noch ein X übrig. Und wir sehen auch wieder alles, was hier nicht weiter berücksichtigt wurde. Das bleibt unverändert von der einen in die nächsten Zeile. Und damit haben wir auch diese Umformung erfolgreich hinter uns gebracht. Man sieht im weiteren Verlauf des Lösungsweges, dass hier nun wieder das dem Morgensche Gesetz angewendet werden soll. Und das dem Morgensche Gesetz wenden wir an an der Stelle, wo wir hier eine Negation vor einer Klammer haben. Die Klammer geht dort auf und sie geht erst hier hinten wieder zu. Und wir sehen, in der Mitte taucht ein logisches Oder auf. Und damit sind wir wieder genau bei diesem dem Morgensche Gesetz. Und wir sehen auch, was wir hier haben. Das A und das B. Das steht vor und hinter dem Oder in der Klammer. Das heißt, dieser Teil hier entspricht unserem A. Und dieser Teil hier entspricht unserem B. Und damit passieren jetzt die entsprechenden Umformungen. Das Ganze wird aber ein klein bisschen komplexer, weil wir auf der linken Seite nämlich mit der Klammer arbeiten müssen. Und das gucken wir uns nochmal im Detail an. Also, hier haben wir unser A. Und diese Negation wandert jetzt in die äußere Klammer rein. Und die steht jetzt hier vor einer Klammer. Aber was man beachten muss, ist, dass diese Klammer hier ja genau diese Klammer ist, die dort steht. Und die weiter außen stehende Klammer, die ist jetzt gar nicht mehr da. Die ist jetzt weg. Und diese Negation, die muss sich auch auf die zweite Klammer auswirken. Und das sehen wir an dieser Stelle. Hier taucht diese Negation wieder auf und direkt dahinter die zweite Klammer. Das ist das, was wir auf der rechten Seite hier sehen. Also, die Negation von hier vorne wirkt sich auf A und wirkt sich auf B aus. Nur eben, dass unser A auf der linken Seite also etwas größer gefasst ist, diese Klammer war. Und das B hier ist auch etwas größer. Das war nämlich diese gesamte Klammer. Wer das verstanden hat, hat jetzt einen ganz, ganz großen Schritt gemacht. Wer es noch nicht ganz verstanden hat, der guckt sich dieses Video einfach noch ein paar Mal in Schleife an. Aber die Verfahrensweise, die wir jetzt kennengelernt haben, die setzt sich jetzt immer weiter so fort. Also, mit allen weiteren Gesetzen, die jeweils dahinter stehen, lassen sich Umformungen durchführen. Und die Aufgabenstellung ist jetzt nachvollziehen, was hier in der Folge passiert. Immer genau schauen. Rechts die logischen Identitäten. Welche wird jetzt gerade angewendet. Und am Ende erhält man eben eine Lösung. Und diese Lösung ist äquivalent zum Anfang. Sie ist halt nur deutlich kürzer. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020